Jo Leute und damit willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Ja, nachdem wir das letzte Mal Team Galactic besiegt haben, um den Schlüssel zum Windkraftwerk zu kriegen, haben wir noch Honig bekommen für die Bäume, dass wir da die Sachen machen können. Dann Bären gesammelt und ja, viel zu viel Zeit verschwendet. Und natürlich ein Jirachi bekommen. Also Jirachi, wie auch immer. Okay, ich würde sagen, rein da. Es ist von denen abgeschossen. Möchtest du den Schlüssel verwenden? Natürlich. Blick auf. Und rein da. Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel? Da hätte ich die Tür gar nicht erst abschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde den Commander Bericht erstatten. Ja, dann hau ab. Tschüss. Ist hier irgendwas? Was haben wir hier? Können wir nicht anklicken? Okay. Hallo. Ich mache hier keine Späße, Kindchen. So, handtappt das dann, Profi. Ich habe hier eine Späße, Kindchen. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich habe hier eine Späße, Kindchen. Ich habe hier eine Späße. hi tschüss ich glaub ich bin ein bisschen zu stark aber ist halt auch kein wunder wenn du einen EP-Teiler hast der alle Pokémon-Erfahrungspunkte gibt Ist ja halt echt kein Wunder. Wie sieht's einfach so Kopfnuss zu erlernen, alles klar. Machen wir Heuler weg. Nutzen wir ja eh nicht. Es ist unsere Vm-Buche. Und Pio, krass, okay. Wer hat das Ziel zwei bis fünfmal mit Schaft klauen möchte? Wisschen. Nee, nee, brauche ich nicht. Naja. Dich besiegt. Ich habe gehört, dass sie nirgends, äh, sie irgendetwas mit der Elektrizität anstehen wollen. Okay. Kann ich hier lang gehen? Ja, wow. Komm her. Ich kämpfe gegen alle. Elektrizität aus dem Windkraftwerk absapfen. Das ist unsere Mission. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mein Raumpel. Boah. Boah. Diese lachen Pokémon immer. Duh, dduh, dduh. Duh, dduh, 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 dduh. weg bist du und charmian die pokémon mit denen ich wirklich kämpfen will sind halt alle was auf ein level okay und schock jetzt mal ein bisschen überlebt und einmal beißen und tschüss du hast doch nicht mal die geringste ahnung was dem galactic überhaupt zwecken will so ein unbedeutender rüppel wie ich natürlich auch nicht aber trotzdem mein pokémon kann nicht mehr weiter kämpfen diese niederlage werden die mir sicher alle meine pokémon wegnehmen aber warte nur ab unser commander wird dich in grund und boden stumpfen hallo ich bin einer der drei commander commander von galactic wir wollen eine neue welt erschaffen welt schaffen wir wollen eine neue welt schaffen eine welt die besser ist als diese dafür arbeiten wir sehr hart und alles was wir in gegenzug dafür verlangen ist verständnis doch selbst das scheint so viel für lang zu sein niemand versteht uns du auch nicht habe ich recht das macht mich wirklich traurig dann bleibt uns nichts anderes übrig als einen pokémon kampf über alles weitere entscheiden zu lassen wenn ich gewinne verschwindest du von hier gewinnst du aventlich werden wir team galactic diesen ort verlassen ert 2 4 unmöglich alles aber schon ein bisschen stärker wenigstens etwas naja ein level niedriger aber naja wow kommt zurück ja kett werden halt ne nur garst wie kannst du es wagen meine pokémon der art zu behandeln ich kann alles wagen okay ist natürlich schneller machen wir es auch einmal ok tempo ist nicht ganz so effektiv was kann ich schnell was war normal ok das hat gar nichts gewirkt alles klar also mein aff ist langsamer war sehr effektiv alles klar wir heilen uns einmal gut da habe ich eine kleine bessere kleine herausforderung ein klein bisschen wow ja ich wollte eh nicht fliehen ich habe nur zu schnell gedrückt tschüss war ich nicht okay viel zu viele lächle aufgestiegen aber egal passt schon motivated mal intencion wechseln wir auch mal durch ich Durch Konzentrator kann man das negieren, also alles klar, also in uns Delphic gar nichts. Ich weiß gar nichts. Seit wann gibt es Konzentrator eigentlich? Seit der Version war das? Wer sagt das echt gar nichts? Delphic. Ich habe verloren? Unfassbar. Du, du dreiste Rotznase. Immer nennt man einen Rotznase als Kind. Ups, da habe ich ja ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Gegen dich zu kämpfen hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Und jetzt verabschiede ich mich und verschwinde für uns hier. Fürs Erste. Team Galactic. Sie reden immer davon, dass sie so viel Energie und so viele Pokémon wie möglich sammeln wollen, um ein neues Universum zu schaffen. Aber für mich ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls bin ich dir für deine Hilfe wirklich sehr dankbar. Jetzt kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Papa! Ui, du stinkst. Geh duschen, Papa. Oh, tut mir leid. Ich musste pausenlos für sie arbeiten. Vielen Dank, Herr Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute verjagt. Jetzt taucht das Ballon-Pokémon bestimmt bald wieder auf. Ja, genau das. Driftlohn. Ich glaube, das war halt wirklich Freitags immer. Ja, klar. Ich dachte, da wäre eben der Ausgang, weil ich zur Seite geguckt habe. Die, 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 die. Einmal... Mal kurz gucken. Ne. Ich glaube, weil er echt Freitags. Mal gucken, was hier noch für ein Pokémon auftaucht. Und... Ein Pachirizio! 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 Ich finde es immer lustig, wenn ich die halt nicht... runterhauen muss von der KP her. Und einfach so flanken kann. Was sagt überhaupt das Ei? Muss ich gleich mal gucken. Elektro-Hörnchen-Pokémon. Es bildet Fellknäule... Hä? Es bildet Fellknäule... Und die vorstatische Energie nur so knistern. Sie versteckt es zusammen mit Beenden seine Leibspeise in Baumhörnlöchern. Sie versteckt es zusammen... Okay. Eigentlich habe ich gerade etwas ganz anderes gelesen. Ähm... Man kann schon etwas für eine Fitball schlüpfen. Ja gut. Das bewegt sich ja noch nicht, ne? Apropos. Erstmal sprechen. Hallo! Okay. Das ging ja relativ schnell. Gut. Ich habe ja vor fast 27 Stunden das letzte Mal gespielt. Okay. Nochmal gießen. Dann... Hauen wir die Maronbären noch. Dann pflanzen wieder eine. Sack. Okay. Dann hatten wir hier auch noch. Da oben. Und da oben. Also... Okay. Es gibt ins Secretarionừない. Im Rehnerbären. Egal, ich bin immer gerne vergesst, was das anging. Muss man nochmal kurz in den Laden nehmen. Was ist einer? Ja, ja, ja. Okay. Ja, man kriegt täglich welche. Man kriegt täglich. Dann gehen wir uns einmal heilen und dann gehen wir weiter. Okay. Das Geräusch wollte ich eben nicht machen, aber naja, passiert. Hallo. Wenn du Honig auf Rinde eines süßlich duftenden Baumes schmierst, sagst du vielleicht Pokémon? Kann ich einfach mal machen. Okay. Das dauert sowieso dann. Ich weiß gar nicht, ob man einfach Wechsel machen kann. Nö. Ich weiß nicht. Oh. Ach so, okay. Kann schon sein. Hat ganz lange gedauert zum Laden. Dann. Ein Mann. Aber. Der Mannhaviv ist aus dem Ei geschleppt. So, dann kann ich jetzt auch Heid züchten und dann krieg ich Fihone. Okay, voreingerinnt. Oh, in den Bergen oder in der Ebene? Ich bin stets und wandern bereit. Los geht's. Was für ne Musik, ey. Okay, da hat schon mal ein paar mehr Pokémon. Kleinstein. Ach, Level 11. Aber gut. Ich muss auch mal wechseln. Gähäähäähäähääh. Gähäähäähäähääh. Aua! Tempereep. Na gut, fast. Okay Und tschüss Okay Okay Und mach's fallow Sooo Das ist nur effektiv, alles klar Aber geht auch Na, kriegt das verbrannt oder ist er schneller? Nee, ich bin schneller Braucht man noch andere Feuerattacken? Okay, aber dadurch habe ich das Volk besiegt Level 6 Noch einen kleinen Stein, yay Hey Hey, du, 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 du Na, griff steigert sich Da ist wirklich steigerungsvieh Neeee Neee Neeee Warum mache ich immer so dämliche Geräusche mit der Musik Weil das eigentlich nichts neues ist Eins hat er ja noch, ne? Oder? Erzählst du Spidys da? Klar. Warum auch nicht? Hätte er schon genug Steins-Pokémon eingesetzt. Aha. Okay. Die Kämpfe dauernd halt nicht am längsten. Ich kann auch die Folgen länger machen, wenn ich mehr Zeit habe. So ist das nicht, aber die Zeit habe ich nicht wirklich. Das war ein erfrischender Kampf. Okay. Eigentlich wollte ich das hier haben. Kapsel X Angriff. Okay. Warte mal. Hallo. Kämpfe noch gegen dich. Pfadfinder. Natürlich. Oder Camper. Okay. Vanita. Also kriegen wir wenigstens den Decks schneller gefüllt, wenn die Pokémon gesehen. So. Das war knapp. Klar, Routenschlag bringt die Verteidigung. Okay. Tschüss. Okay. Luxu. Chirai. 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 naja mir kann es aber eigentlich relativ egal sein meereswiese pokémon die schwimmblase um seinen hals ist das nicht der schwimmring eigentlich die schwimmblase um seinen hals dient ihm als schwimmreifen wenn es luft darin speichert so gerät seinen kopf niemals an der wasser und das stand schwimmreich okay frage hat sie erledigt so bewegen ja komm das ist meine leute speichern wir einmal mussten so soll es mal ein bisschen weiter unten halten hallo ja wieder unten lang ist okay das war ein bisschen schnell ein kleines stein naja komm egal wie viel zu zappen nicht viel okay keine müde ich mein sturm ja klicken wir mal immer weil es schaden zu ganz zeit Okay, das war nicht so effektiv. Alles klar. Ist auch nicht so effektiv, aber egal. Aber trotzdem effektiv. Naja, ist auch egal. Autsch. So. Okay. Level 18 von Puro. Ja komm, ich geh mich ja mal kurz rein. Und. Ach, war doch schon richtig. Bin auch immer schon so komisch, ey. So, mal heilen bitte. Öp, 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 öp. Einmal Prämienball angefangen. Prämierball. T, öp, 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 öp. Den. Zehn Stück hab ich. Ja, nochmal zehn Stück. So. Ich will davon auch einmal zehn Stück. Und das war ganz schön teuer. Das war echt ganz schön teuer. Naja, egal. Sie sind schon viel besser aus als diese Netzbälle. Äh, diese Heilbälle. Auch wenn die Heilbälle heilen. Hallo. Ich liebe Popo und die süßlich duften. Tschüss. Popo. Mir knurzt viel. Will ich. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal auch mal gucken, was Familie noch mehr für Attacken hat. Yay. Alles gut, Attacken. Und nicht viel Abgeisterroben. Okay. Der wechseln wir mal wieder. Aber wenigstens den Erstschlag noch. Hm. Okay, die anderen nicht effektiv, aber das ist effektiv. Hm. Nutzituation, was hat das? Trifft nur, wenn Kp des Anwenders geringer als Kp des Seeds sind. Senkt dir jetzt ein Kp auf die Höhe der Kp des Anwenders. Hm, nee. Brauche ich nicht. Ja, ja. Du sollst verloren. Hm. Okay. Habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass das was ist. Okay, ja, das war das. Ein Pokéball. Bären. 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 ich kann ihn wirklich und siegern mein angriff Aua. Okay. Egal. Scheinung ist dir nix, hier auch. Yay. Bedroher. Aha. Bedroher gegen Bedroher. Da... da... tschüss. Gar nicht ganz. Schreckt zurück. Yay. Ist aber weg. So, das nächste war ein Pachirizo. Oh. Moment. So. Sorry. Minada. Vielleicht sollte ich mal einen Schluck kriegen. Schamwacht, du wirst doch so Stärke wieder sinken. Also Angriff. Diese... Attacken für die Statuseffekte, ne? Sind auch immer so gemein. Wow. Ja, das du noch mal Scham ein. Schaam. Annika. Genau. D'ohannn. The oceanic 6 und knacken. Oh, oh, my God. Okay, das waren viele Erfahrungspunkte. Das ist gut. Jetzt mal noch eine bessere Attacke, die auch schneller ist. Sorry, ich sollte mich müden, wie ich sonst auch das mache. Oh, Pameline entwickelt sich. Äh, Bicicer meine ich. Ah, bin ich doof, ey. Din, 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 din. Der Kornstein-Bili-Zer hat sich zu einem Bili-Fass entwickelt. Yay. Biber-Pokémon, dieses fleißige Arbeiter staut Flüsse mit Hilfe von Dämmen aus Baumstern und Schlamm, um sich ein Nest zu bauen. Ja, wie Biber halt, ne? Ah, guck, keine Ahnung, okay. Mm. 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 okay dann wollen wir mal finde ich habe ich schon gekämpft hallo hallo so was hast du ein monik natürlich wenn ich jetzt mit barmen greifen würde könnte ich pech haben würde voll platt genug mann attacken sind eh nicht effektiv genug komm ich kämpfe mal mit die farce obwohl ich sowas selten mache aha verfehlt klar robust zeit richtig und nicht richtig und tschüss ja ich habe dich besiegt ich muss sowieso genial hätten so viel kämpfen wie möglich hallo eine sprichdose schutz mal was war hier drin ich glaube hier konnte man sich so gehalten du siehst mir das okay so dann würde ich aber auch sagen wenn ich hier ist man die aufnahme wenn und wir machen dann beim nächsten mal weiter dann heißt das normalerweise müssen wir kurz vorm wald sein schauen wir mal ganz kurz hier beginnt der wald wir sind kurz davor gut hier drüben können wir nur mit surfern soweit ich weiß egal dann würde ich aber erst mal sagen werde ich ja die aufnahme werden und wir sehen uns das nächste mal wieder bei pokémon strahlender diamant bis dann ciao ciao Bis zum nächsten Mal.